Stimmt, Orange, das ist mir an Blue noch gar nicht aufgefallen. Blue, möchtest du etwas sagen? Eine Menge. Hallo und herzlich willkommen bei Portal 2, wir sind bei einer Abteilung Transportschächte, Level 6, das nehmen wir jetzt nochmal auf, weil uns leider mal der Client gecrasht ist, ist auch schon ein bisschen her. Ja, wir sind wie immer die Stimme aus dem Off, die Lia, die gerade schon gewunken hat. Hallo. Und Pampa natürlich wieder in blau, ist klar. So, was haben wir denn hier? Wir haben Transportschächte, logisch, ne? Wir können zum Matsch werden und ertrinken, ja, alles wie gehabt. Wie immer. Alles wie gehabt. Ach, dieses Level. Ja, wie schön. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich muss jetzt da rein und sterben. Du musst jetzt da rein und dann in dieses Teil hüpfen. Und dich nach oben transportieren lassen. So war das doch, ne? War das nicht so? Ich weiß nicht. Ja, wenn ich es mache, sterbe ich. Genau. So, mal versuchen wir einfach mal. Komm, geh einfach mal da rein und dann... Du musstest irgendwie da in den Strahl nach oben hüpfen. Dann irgendwie konntest du ein Portal dabei setzen. Irgendwas war da. Genau. War doch so, ne? Glaubt schon. Ich weiß jetzt nur grad nicht. Ja, ich hätte jetzt ein Portal setzen müssen. Hab ich. Eins. Und jetzt ist es weg. Ja. Ja, du musst da irgendwie, glaube ich, raushüpfen. Ich hab keine Ahnung. Was passiert? Ich sehe ja nichts. Ich muss da das Portal machen und dann... Da sterben. Ach ja. Sterben. Genau. Da war was. Mhm. Genau. Oh, wie war denn das? Konnte man das hier nicht drehen? Oh, oh. Ich weiß wie. Da war doch irgendwo was zum Drehen, oder? Richtung Drehen oder irgendwas? Ich... Ich... Ist... Ja, was war hier? Ja, jetzt muss ich... Da rüber. Und... Und dann nochmal da rüber. Raus, 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 raus. Raus. Was? Raus. Hüpfen raus. Raus. Oh, du musst halt da rüber. Ja, du Nudel. Ich hab doch das Portal gesetzt. Ach so. Ich komm da rüber. Ich wär jetzt einfach rausgesprungen. Kipp cool. Bleib locker. Nee. Bitte, bitte bleiben Sie locker. Nein. Doch. Nein. Ja, Orange. Wir sind allein. Ah. Ich höre dich nicht. Furchtbar. Wirklich. Böse kleine Maschine. Was? Ja, gut. Dann hol mich mal hier weg. Äh. Pfft. Pfft. Nee. Na gut. Du musst... Genau. Das musst du machen jetzt. Du hüpfst... Ich kann... Ich kann dir da nicht helfen. Ich kann dir da kein Portal setzen. Nein. Du musst da hinten unter dem Smasher das setzen. Ich komm... Du musst... Äh, wie war das noch mal zeigen? Du... Du verstehst es nicht. Ich kann dir da kein Portal setzen. Quatsch. Nein, das sollst du... Hm, ist da der Smasher? Nein. Wir können das noch mit dem... Mit dem zeigen. Äh... Welche darfst du mal nochmal zeigen? F. Danke. Bitte. Du musst da... Und... Und da. Da. Und da. Da bringt... Das bringt dir aber nichts. Ja, anders komme ich hier nicht weg. Dann stehe ich hier ewig. Genau. Und oben muss doch einfach ein Button sein, damit du die Richtung drehen kannst. Ja. Ja, dann sagst du, das bringt nichts. Natürlich bringt das was. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ist ja gut. Bis auch da. Nee, nee, nee. Der ist eigentlich krank. Du oder ich? Ich hab den... Ich hab auch Knoten im Kopf. Der ist... Ja, aber der ist bei dir doch immer. Da hast du dich ganz so dran gewöhnt, oder? Hallo? So. Blue, fühlst du dich von Orange betrogen, wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt? Hätte Orange das über mich gesagt, würde er nie die nächste Remontagestation erreichen. Weiß Bescheid. Ich weiß nicht, wovon sie spricht. Ja, ja. Das immer, wenn wir eine Woche Pause machen. Anschließend haut Glados solche Sprüche raus. Ist dann ganz komisch. Wir sollten das in allem durchspielen. Ich hab ne WhatsApp-Gruppe mit ihr. Hahaha, super. Hahaha, ganz toll. Zehn Dinge, die ich nicht brauche. WhatsApp-Gruppe. Steht einfach auf Platz 3, 2 oder 1. Weiß ich nicht genau. Ihr habt es beide geschafft. Ungeachtet dessen, was ich auch versuche, euch zu entzweien oder zu zerstören. Testen wir weiter. Sie kriegt uns einfach nicht auseinander. Ja, genau. Also, wir können hüpfen. Ersauchen. Wir haben hier irgendwelche, ja. Diese, diese Springteile. Mhm. Und natürlich die Transportschechte. Logisch. Ah ja, genau. Richtig. Oh nein. Was ist das? Wie kann man springen? Springen ist voll toll. Äh, also der Transportschacht ist dahinter. Wie schön. Das ist ja toll. Da ist was. Ja, genau. Wir müssen da hoch. Ähm. Okay. Das fiese ist, sobald ich hier aufs Reverse gehe, ist da oben ein Feld. Da. Ja, ja. Ah, okay. Sobald es normal läuft, ist es nicht da. Ja, damit löscht du das. Okay. Ja, du kannst aber auch nur... Ja, das ist von der Spring, dass du da eins setzt. Verstehe ich mich nicht so ganz. Wo kommen wir eigentlich hin, wenn wir hier springen? Ich sterbe jetzt einfach mal. Weil ich es kann. Tschüss. Ah. Okay. Also ich kann hier hin und her springen. Das ist doch schon mal gut. Schön. Ne? Schön. Also ich kann jetzt da einsetzen und da einsetzen und da oben ist ein Kraftwerk. Und da ist... Bäh, ein Kraftfeld. An hier kann man irgendwas schalten. Da ist der... Ja, der schaltest da die Dings hoch. Ja, diese Flächen, ne? Ja. Ich denke, damit... Verstehe ich noch nicht warum. Doch, ich denke, da fliegst du dann gegen eine weiße Wand, wo du eine... ein Portal draufsetzen kannst. Komm mal, auf die Dinger nicht... Da konnte man auch keine Portale draufsetzen. Oder? Gab's da welche? Ach, keine Ahnung. Äh, so. Ist ja unterschiedlich. Ja, gut. Die Frage ist, wie kriegen wir denn jetzt diesen Strahl da hin? Weil wir kriegen den ja nicht heraus, ne? Ja doch, gar nicht wahr. Stopp. Du kannst den... Äh, von da drinnen kannst du den auf das Teil hier setzen. Guck mal. Wisst ihr das? Genau. Und dann kannst du den oben setzen und damit kriegst du den raus. So, damit komme ich an den Knopf. Warte. Bleiben Sie ruhig. Au. So, ähm... Heißt du, ich komme da mit an den Knopf? Mhm. Hast du gesagt? Das ist ein Blödsinn. Ich sag da jetzt nichts zu. Äh, Moment, warte mal. Hier muss ich schon da rüberkommen. Die schön seltsam. Okay. Also, du hast das jetzt da rübergesetzt. Ähm... Ich könnte jetzt theoretisch... Ich muss da hinsetzen. Das bringen wir uns aber nicht viel. Ich weiß nicht, wer es mit dieser Fläche machen soll. Also, sobald du da rauskommst... ist gelöscht. Ist das denn hier gelöscht, ne? Ja. Ich komme ja nie da rüber. Ist über dir irgendwo noch eins? Ne, da oben ist gar nichts. Da oben ist ne Glasscheibe. Was? Aber da fällt man ja nicht gegen. Ne. So fliegst du ja gar nicht. Ah, Moment. Ich glaube... Ah, jetzt... Ja, ja, ja. Jetzt macht Sinn, ne? Ja. Sagst du bitte schrei jetzt, dann mache ich Reverse rein. Ja, jetzt. Äh. Ja, ist gut. Mach mal Reverse, bitte. Manchmal ist das so einfach, ne? Total. Ah, guck. Siehst du? So. Aber. Wie geht's jetzt weiter? Hm. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also, wir können jetzt da oben eine hinsetzen. Da klatscht jetzt gehen. So. Was ist so, ne? Mhm. Ähm... Oh, oh, oh. Du musst da, äh... Auf das Teil. Dann fällst du da oben durch. Oder ich. Je nach... Ich dann wahrscheinlich. Ich fliege da oben durch dein Portal. Und springe dann nach... Da oben. Ja, das habe ich mir ja daraus schon gedacht. Aber? Ja, nix, aber. Wir können das einfach mal testen. So. Mach mal. Gott. Das Problem ist, du wirst da... Ach doch, klar. Ne, logisch. Mach mal. Hm? Hau mal rein. Geronimo. Oh, scheiße. Ist das hoch. Gut. Und ich jetzt auch? Was hast du denn da oben? Du kannst... Ich habe den Ausgang. Ich habe nur den Ausgang. Du hast nur den Ausgang. Du kannst wegen der Glasscheibe auch kein Portal da hinsetzen. Nein, ich kann nur ein Portal da hinsetzen. Ja, das bringt mir nix. Ja gut, ich kann jetzt sterben und setze die Portale neu, katapultiere mich da hoch und bin dann da, ne? Anders komme ich ja hier nicht raus. Wie willst du dich denn hochkatapultieren? Ach, stimmt. Da reinspringen? Also hier in das reinspringen kann ich nicht. Das ist so weit weg, ne? Ja. Also wenn ich jetzt hier runtergehe, ist das Ding erledigt. Jo, ganz toll. Oh, 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 ich kann, ich kann, warte, 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 warte. Du kannst von da oben, äh, wieder an den Strahl, ne? Mal guck, das wäre schön. Und jetzt muss ich hier... Oh, nicht zu weit. Ach, hier in der... Ne, da kann ich nicht eins hinmachen. Kannst du... Doch, wenn du... Kannst du nicht... Nein, da ist ein Feld. Kannst du nicht da rüber gehen? Von da aus? Müsstest du das doch... Guck mal. Jetzt vorne an dich an den Rand stellst. Ja, ja, ich... Ich... Ich habe ein Problem mit dem Rand. Wie immer. Schön. Warte, warte, warte. Aha. Okay, also muss ich... Ich muss mich jetzt echt hier töten? Das ist ein Quatsch, ne? Nein! Nein, warte. Ja, doch sicher. Nein, du musst gleich rausspringen. Pass auf, warte. Ah, okay. Ja, jetzt. Jetzt macht es Sinn. Genau. Ja, wohl, ich habe mich auch töten können. Das wäre im Prinzip dasselbe gewesen, ne? Ne, du wärst da nicht auf die Plattform gekommen. Ja, stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ja, keine Ahnung. Ja, ja, hast recht. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Schönen Dank für den Zuschauern. Es war etwas ruhiger. Sorry, ich habe voll die Grippe. Aber macht trotzdem Spaß. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.